In einer Zeit, in der DVD, Blu-Ray und Dolby Digital die Welt der Medien beherrschen, TV-Schirme größer und größer werden und sich die Menschheit von der Leinwand abwendet, hat sich ein Mann aufgemacht, die Welt zu retten. Sein Name lautet... Tommy Barke! Seine Mission... Die Rückkehr des Schmalfilms. Musik Untertitelung des ZDF, 2020